herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate der s&p 500 aber auch der dax hatten in der vergangenen woche einige schwierigkeiten technisch gesehen gibt es da allerdings große unterschiede das wollen wir uns mal genauer anschauen den risiko und weiß gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelserfehlungen ausspäche gehen wir direkt rüber in die xstation und schauen uns die lage beim s&p 500 an der index hat in der vorwoche mit einem minus geschlossen es wurde ein inside bar ausgebildet das bedeutet dass sich die handelsspanne kurzfristig verengt hat beziehungsweise der index hat sich ausschließlich in der range der vorwoche aufgehalten seit anfang des monats verhindert das 78,6 prozent retracement der vorherigen abwärts bewegung einen weiteren anstieg und im vier stunden chart ist allerdings der trend noch aufwärts gerichtet das betrifft sowohl den übergeordneten trend aber auch den kurzfristigen trend da der lokale widerstand bei 4088 punkten durchbrochen wurde es gab einen rücksetzer also eine korrektur und das was jetzt gelingen muss ist eine trend bestätigung durch höhere hochs um dann das 78,6 prozent retracement anzuvisieren und möglicherweise sich dem jahres hoch anzunähern eine wichtige unterstützung ist bei 4049 punkten zu finden der deutsche leitindex erreichte in der vorwoche zwar ein höheres hoch beziehungsweise den höchsten stand seit mehr als einem jahr doch der aufwärtstrend der im oktober 2022 begann konnte nicht per wochenschlusskurs bestätigt werden und heute erholt sich der index und testet einen kurzfristigen widerstand und zwar ist das das hoch bei 15.668 punkten der bereich konnte bereits durchbrochen werden und ein bruch nach oben würde bedeuten dass ein neuer aufwärtstrend entstehen könnte während ein fehl ausbruch oder ein abpraller für weitere verluste sprechen könnte die vier stunden kerze die um 12 uhr schließt wird uns dann mehr verraten wer mehr solche analysen möchte schauen sie gerne mal in meinem video von heute morgen den link gibt es immer unten in der beschreibung das doch gerne einen daumen da ansonsten viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal